Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier wagen Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach, Decker? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Bist das Feiglinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig! Die Generalität ist doch das Geschmack des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Glambe hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden Tag nur als Schicksal... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betragen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich, der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! So negative!